Was geht schon los? Fuck, 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 ich hab doch gesagt. Was los? Achso, nicht das Game, sondern euer Video oder was? Was los, Karl? Jajaja, ist egal, mach weiter. Okay, ich mach von vorne. Mach von vorne, mach von vorne. Oh, nicht das Game, sondern euer Video oder was? Was los, Karl? Ich darf nichts sagen, weil sonst höre ich mich doppelt. Okay, ich mach von vorne. Mach von vorne, mach von vorne. Ich darf nichts sagen, weil ich mich doppelte. Natürlich. Das passt so gut, ich. Das ist richtig gut. Was machst du jetzt? Ich zeig dir das andere, okay? Okay, okay, okay. Sieht gut aus, Kevin, by the way. Sage. Okay? Okay, okay, okay. Oh, Kevin. Sieht gut aus, Kevin, by the way. Sage. Pass die, oje. Oh, Kevin. Dann bin ich nicht dabei, ne? Dann bist du nicht dabei, ne. Kevin Teller. Dann bist du nicht dabei, ne. Rees mit dem Fisch, Junge. Rees. Rees mit dem Fisch, Junge. Ey, gab's da eigentlich niemanden, der diese schwarzhaarige da hot fand bei Filmen? Nee, niemand. Niemand. Ey, gab's da eigentlich jemanden, der diese... Die war komplett Müll, Alter. Ab in die Tonne. Ja. Ich fand Katara hot von Avatar. Von Avatar? Katara? Die Wasserbändigerin? Die Luft-Dingser-Frau? Die Avatar entdeckt hat? Ja. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, Bro. Bro. Okay, wer wäre am heißesten von Avatar? Ich hab's leider nicht so viel... Aber dieses Flughund-Ding von... Ah, nein. Die eine Freundin. Die eine Freundin von Dings. Äh, diese... Ab... Diese Kriegerin... Nein, ich will... Ab, pardon. Diese Kriegerin da. Diese komischen Kriegerinnen. Die waren fucking heiß. Tylee, meint jemand? Ist es die? Tylee? Nee, Tylee war dieser Zwerg. Der hat mega abgefuckt. Achso, die. Diese Kriegerin, ja, ja. Die Menschen, die D-Hot finden? Bro, die kommt auch straight up im Bikini, wenn man das bei Google-Bilder eingeht. Tier D, Alter. Die findet man Hot? Diese... D-Da. Suki, Suki! Wie schreibt man das? S-U-K-I. Suki-Avatar. Na, Scheiße. Bro. Bro, so viel... So viel besser als alles... Oh, okay. Ihr müsst mich nochmal einladen. Ich hab hier so ein ungeschminktes von ihr. Also, ja, ja. Okay, Junge, Alter. Aber ungeschminkt... Baba. Obwohl hier, also, Realtalk, Katara. Oh mein Gott. Ten out of ten. Rechts. Ja. Katara, Baba. Realtalk. Katara kann man machen. Katara kann man einmal reinlusten mit Strohlen. Oder Eiswürfeln. Okay, ähm.